Das Land Sardinien ist steinreich. Damit meine ich, Sardinen ist wirklich steinreich. Was hat das Land an Bodenschätzen noch zu bieten? Kurven. Jede Menge Kurven. Ja, und von der vielen Gegend haben wir bereits gesprochen. Irgendwo in dieser vielen Gegend steht ein 4000 Jahre alt Olivenbaum. Daneben gibt es auch noch einen Jungspund mit 500 Jahren und einen mit 2000 Jahren. Bei Azachena gibt es das Gigantengrab. Naja, so gigantisch war es nicht. Dafür, dass es angeblich ein Massengrab der Muragikultur gewesen sein soll. Also es muss auch schon früher Steine hier gegeben haben.